Ja Leute, Sound auf dem Prüfstand, 630 PS starker SLS 63 AMG. Würde man sagen, wir geben uns den Prüfstandlauf und genießen den Sound. Jetzt sieht man seinen Blick hier. Boah, die zwei kriegen ja einen Gehörschaden, wenn die dort bleiben. Boah, die zwei kriegen ja einen Gehörschaden, wenn die dort bleiben. Schon krass, wie fett der beladen ist. Und die müssen sich noch drauf hocken, dass er nicht vom Prüfstand fliegt. Gehörschaden Zu heftig. Also das ist zu krank. Vor allem wie laut und einfach wie brutal die Kiste ist. Krasses Auto, krasses Auto. Dafür liebt man Dubai. Krasser Sound. Krass Auto, 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 krass Auto scheiße nicht normal also das ist echt nicht normal elf leute gefällt dieses video nicht ich glaube die haben absoluten komplett schaden und dann wundert sich die freundin warum man mit einem ständer vom pc hat junge junge aber das sound ist echt einfach zu heftig krank